So, ich bin gesucht, weil ich gerade in der Quatschpause zwischendurch eventuell vergessen habe, von der Leiche wegzureiten. Und da kommen jetzt die Potizier und die sind vielleicht weg. Tschüss! Okay, tschüss! Was komme ich jetzt hier alleine? Ja, war nicht gut. Könnte ich gleich entsorgen. Ja, die kommen ja gleich einmal. Ja, eigentlich die Lekentäre. Die Lekentäre. Oh, da waren Kräucher. Wo wollen wir die denn machen? Wo wollen wir die denn starten? Von vorne würde es Sinn machen, also beziehungsweise... Oh, scheiße. Da war ich abgelenkt. Okay. Ahem. Guten Tag! Da bin ich wieder! Ui, alles ist in Ordnung. Jetzt habe ich auch schlafen. So eine richtig schöne Schwarzsträhne an einem Haar. Ah, ich habe verstanden. Jetzt habe ich Ausschlag im Haar und war gerade ein bisschen verbiets. Das wollte ich ja gar nicht. Ja, guten Tag. Ja, guten Tag. Okay, was passiert hier? Okay. Es hat mich verdrückt. Mega normal, einfach mit dem Pferd so spazieren zu gehen. Boah, ich habe einfach einen... Boah, wie jausi. Einfach voll der Kackstreifen im Gesicht. Boah. Das ist ja normal. Okay. Ich renne nicht kaputt hin. Nein, okay. Alles klar. Ähm. Wohin? 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 Wie ist denn das passiert... Du hast meinen Baubau... Nein. Mein Baubau. Mein Tier hier. Danke, danke. Konnte euch gar nichts für. Das ist so passiert. Das war ein Unfall. Ja, ja, ja. Dich erst seh ich erst mal vor Gericht. Ja. Kann man sein eigenes Truppmitglied ab... äh... Inklagen. Achso, wir wollten ja nicht überprügeln. Sa, langweilig. Stimmt. Ich würd ihr gern mal auf die Fresse geben. Dankeschön. Ja, bitte. Aber ich versteh dieses Verlangen. Das würd ich auch gerne. Also mir selber. Oh... Nein! Alter, das kann doch nicht sein. Was passiert? Nein, ich bin wieder abgestiegen. Abgestiegen vom Pferd. Ich hab mein Pferd einfach mitten auf der Veranda geparkt. Ja, okay. Legendär. Soll jetzt wieder konzentrieren? Oh ja. So, wir hatten als letztes, hatten wir die Etta. Die Etta Doyle, also du. Ja, letztes Mal mit mich geschehen. Dann... Jetzt ist der Sergio Vincessa dran. Ich lese vor. Sergio. Büro des Gouverneurs von Limoine. 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 Ja, moin. Okay. Belohnung. Für Ergreifung und Auslieferung. Tod oder lebendig. Sergio Vincessa. Gesucht wegen Terrorismus. Gesuchten Auftragsmords und... Warte, ich muss scrollen. Verbreitung von Anarchie. Okay. Anarchie. Anarchie. Ehemaliger militärischer Scharfschütze nähern sie sich mit extremer Vorsicht der Zeit auf der Flucht. Nach einem vereitelten Versuch, das Kapitol zu strengen und den Gewöneur zu töten, soll sich in der Nähe von Raynogridge aufhalten. Alles klar. Das ist gut, dann kommen wir direkt zum Ovangila-Damm. Ovangila? Oder, das ist doch da. Ja, ich glaub schon. Bei Raynogridge? Oder? Nee. Nee. Täusch ich mich grade? Dann ist das schade. Meine Orientierung ist echt am Arsch. Ist Raynogridge nicht in der Nähe auch hier... Limoine ist doch nicht in der Ovangila-Damm. Ja, das stimmt. Das stimmt. Oder? Dann kommen wir ja nicht so weit. Aber wenn er mit dem Scharfschützengewehr und... Wenn er das Kapitol gebämmst hat, dann macht es ja auch Sinn, dass er sich in der Nähe von Saint-Denis aufhält. Weil... Wenn er Scharfschütze ist, dann müssten wir... Dann erwarten jetzt bestimmt alle, dass wir mit dem Scharfschützenwehr draufballern, aber ich kann das nicht. Hä? Ich bin zu blöd, mit dem Zielfernrohr umzugehen. Ich verliere die Orientierung und weiß nicht mehr, wo ich bin. Das ist ein großes Problem. Aber theoretisch habe ich bei meinem Bolt-Action-Gewehr... Oh, labert doch jetzt nicht! Mann, Mann, Mann! Sieht aus wie... Der Sheriff! Mein Papa! Okay! Nein! Nicht wirklich! Mein Papa ist jetzt da! Der hat voll die schiefe Nase! Okay! Ja, das haben wir ja gerade gelesen. Oh! Boah, das sieht voll schön aus! Ja, Mann! Amigo! 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 Machachas! Und gleich kommen wir wieder zwei Spackos da lang! Also ich muss als erstes mich mal ordentlich ausrüsten. Ich muss mein Bolt-Action-Gewehr mitnehmen. Ja, ich auch. Und... Boah, welches nimmst du dann mit? Äh, das repetiere ich einfach noch. Ja, okay. Oder ich könnte auch mit dem Bogen mitnehmen. Bogen ist bei Scharfschütze... Na, also nicht. Ja, aber da muss man... Achtung, also Leute. Ich schleiche nicht an die Leute dran. Ich mach jetzt hier Sigi-Digi-Action. Erstmal Pferd parken. Möglichst weit weg, damit's nicht unnötig... konfrontiert wird mit der Situation. Wir haben zwei Menschen. Du? Einer von der einen. Ich seh' sie nicht. Du musst näher ran! Ich seh' sie nicht. Ich weiß nicht, wo sie stehen. Ich folge die gerade einfach. Ich hör' sie reden, aber ich seh' sie nicht. Ist das da drüben? Siehst sie. Du wirst sie schon sehen, wenn du neben mir stehst. Aber ich hab' meinen Bogen jetzt nicht dabei, ne? Ah. Ja, dann ist ja auch egal eigentlich. Äh... Ich kann mein... Ich kann mein Kriegsball werfen. Ja? Dann mach das. Glaub ich. Ja. Bereit? Ja. Bezielt? Du rechts, ich links. Ich seh' nur einen. Äh... Wie sieht der aus? Hat er ein helles Oberteil an? Er hat ne Mütze. Oder ne Weste. Ne Weste? Glauben. Ja, dann nehm' ich den anderen. Alles klar. Okay. Ich seh' hier gar nichts gerade. Alles klar! Let's go! Los! Los geht's! Oh! Oh. 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 Anscheinend hat das nicht getroffen. Ja. Egal! Egal! Das wäre ein erfolgreicher Versuch. Egal! Ja, wo ist denn der jetzt? Egal! Wie sollen wir denn jetzt? Oh. Ja, man kann nicht alles haben. Ey. Oh, ich hab die Wurrwax mit. Den geb ich dir gleich zurück. Okay. Ja, ja. Kein Stress. Oh, warte. Yeah! Du musst nur aufpassen, dass ich nicht aus Versehen wieder irgendwen umbringe. Das war jetzt ja nicht, äh, kein, ähm, keine Glanzhafte. Egal, ich bin hier nicht. Egal, ich bin hier nicht. Oh. Oh, ich wurde von irgendwo... Ich habe dramatisch aufgeschrien und meine Gesundheit ist nicht mehr das Beste der Welt. Oh, Schachchen! Der Herr, wer steht da? Um auch wirklich alle zu triggern, einfach mitten in der Actionsituation erstmal was trinken. Oh, der Plünder ist. Plünderei. Was hat er da dabei? Ach, ganze 8 Cent. Das ist sehr toll. 8 Cent ist stabil. Oh, ähm... Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Was ist denn hier auf einmal los? Ach du Kacke. Sind das viele. Wo ist er denn? Auch was steht von da oben? Aber wir dürfen die nicht selber erschießen, das ist natürlich schwierig. Nein, nein. Ah ne, ja wieso, er steht ja ganz oben auf dem Schie... das ist ja in diesem Fall ja einfach zu selektieren. Jaja, aber dann da dran zu kommen ist halt dann so ne Sache, wenn der einen die ganze Zeit mit einem Scharfschützengewehr... Ja, aber wenn man unter ihm steht, dann ist es ja schon mal... Oh mein Gott, ich schieße hier der ganze Zeit einen fucking Zweig ab. Obwohl ich so durchschieße, aber der trifft halt nur so'n Zweig. Oh, hier stehe ich natürlich, hier bin ich natürlich mitten im Chaos. Okay, da hast du schon den eingekümmert, der mich gerade noch bemerkt hat. Oh, das war ja ein bisschen zu... Was ist denn jetzt passiert? Ich bin in die Luft geflogen. Ja. Das war ja getötet von Wache. Das war du, glaub. Ja, wir kommen auch wieder vorbei. Hey, was ist hier los? Was ist hier los? Ja, da hab ich den Sprengstoff wohl nicht gesehen. Irgendwas passiert hier die ganze Zeit, aber ich bin mir noch nicht sicher... Was ist das? Was? Kriegst du auch solche Stoßwellen hier die ganze Zeit? Ich bin noch nicht da. Ah... Boah, irgendwas ist hier los. Das ist ganz komisch gerade. Oh, hier ist so'n Kruder... Hoch sitzt. Schön, aber so'n Kruder lohnt sich. Da müssen wir gleich noch mal hin, wenn wir sind. Aber, 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 was passiert hier? Was passiert ist das? Ich weiß nicht. Die ganze Zeit solche komischen Stoßwellen wirklich. Ich kletter da jetzt hoch, dann ist mir jetzt alles egal. Oh, hier ist überall Sprengstoff. Huiuiui. Oh ja, ich weiß, was du meinst. Hä? Das ist wirklich komisch. Äh, ich weiß, was du meinst. Das ist ganz komisch gerade gewesen. Jaaa. Dieses... Ah, ich hab noch nicht rausgefunden... Oh, danke schön, dass wir hier im Termin waren. Dieses, äh, dieser Herzklopf sozusagen. Jaja, genau, genau. Ähm, haben die irgendwie radioaktive Scheiße da, oder wie? Boah, jetzt geht's schon wieder los. Was ist das? Das ist ganz komisch. Bin mir auch unsicher. Ah, wieder ein bisschen näher ran. Ah, jetzt streng ich doch los. Okay. Ich bin mit der Rechtsseite weggelaufen. Oh, das Pferd ist einfach umgekehrt. Ja, ich bin ein bisschen geflogen. Oh, da stehen aber auch ganz viele Wachen oben. Noch drei Stück, ne? Ne, zwei. Ich bin jetzt hier unterm Bildform. Da können wir mit dem... Ja, ich auch. Ich nehme mal Revolver, damit... Wieso renne ich denn? Ganz entspannt. Okay, wir dürfen ihn jetzt nicht schießen. Äh, schießen, ne? Aber das steht noch da draußen. Ja. Ahm. Ah, ich will jetzt mal dafür irgendwie repetieren. Alter, was ist denn los hier? Ähm. Oh, hinter mir. Kann ich den bitte? Hallo. Ganz komische Konversation gerade mit einem Typ. Okay. Das ist jetzt ein bisschen... Ich positioniere... Ich positioniere mich mal unter dem Turm. Ja, ich positioniere mich mal unter dem Turm. Oh, warte. Ist das Sergio? Weiß ich jetzt nicht. Visier den an und guck, ob da unten der Name steht. Warte. Das ist, glaube ich, der... ...der... ...der Wachttypen. Ähm. Ich glaube. Oh, da kommt er! Wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Ich warte kurz unten. Ja, ich... Ja, das liegt so lange. Ich bin gestorben benannt. Ich glaube, es ist nur noch er... Oha! Ist er. Was tut der? Ja, er hat sich halt so gut verbarrikadiert, dass... ...wenn ich nach oben gehe, sofort abgeschossen werde. Das ist natürlich schwierig. Boah, das ist natürlich schwierig. Knappes Ding. Da hinten ist die ganze Zeit rot und ich denke, man kann den... ...also ich... Ah! Ich glaube, das gibt vielleicht noch Stress, wenn wir hier... Ja, ist aber auch... Wir sollten schnell hier weg. Und die Pferde machen diese Mega-Perkirre mit ihrem... Wie! Ja. Das ist auch wahr. Ach du Kacke, von allen Seiten. Kannst du mir Deckung geben? Ich habe ihn offen gerade auf der Schulter. Ja, ich versuch's, aber hier kommen gerade... Hä? Von wo? Wie ist sie denn? Ich habe ihn voll im Schritt geschissen. Was, ja... Okay, lass einfach schnell wegrennen. Habt ihr jetzt sonst irgendein Pferd einfach? Würde ich gerne, aber... Ja, hier, das hier. Das ist bestimmt gut, sich irgendein Pferd zu schnappen. Die sind bestimmt sehr... Mit erst mal von diesem Dynamit hier überall weg. So... Das ist richtig. Da habe ich kein gutes Gefühl. Okay, der Typ. Ah, cool. Wie... Wie hätten wir denn sonst gerne mal... Schläger? Ja, das ist nicht ganz un... ...bar. Ich dachte, jetzt würden die uns hier von allen Seiten mit Scharfschützen abballern. Nö, aber es geht ja... Oh, warte, da kommen... Ah, da sind ein paar... Ja, genau, ich wies sie ja auch richtig gut an hier. Ich bin ein Treffer. Ja. Ja. Ich habe ihm einen Kopftreffer verpasst. Ja. Okay, von hinten... Gewalt ist keine Lösung, sagte sie und schlug ihn. Boah. Von... Wenn sie bitte sterben... Boah. Oh. Dann loppern sie doch einfach weiter. Ja, ja. Ich wollte die nur... Beiseite schaffen. Boah. Ach du... Okay. Ich dachte, du reitest jetzt auch einfach weiter. Okay.